So, wo gehen wir raus? Lass mal... ...wieder den Berg gegen nehmen, oder? Nimm den Berg wieder. Komm, jetzt muss die Runde irgendwann kommen. Wir müssen den Win irgendwann holen hier. So, ich konzentriere mich jetzt gar nicht auf meinen Live-Chat. Freunde, unterhaltet euch mal eben... ...gegenseitig. Devran schreibt, du hast 129 Abos, LULL. Ja, Freunde. Ist halt so, ne? Kann ich nix für. Ich mach, ich geb mir wirklich so viel Mühe. Mehr als Mühe geben kann ich mir eh nicht. Ich find's ja schon eine Ehre, dass ich überhaupt mit dem No-Skin Nummer 1 gezauhen kann. Find ich mega nice. Ist mir auf jeden Fall eine richtige Ehre. Und deshalb will ich jetzt auch mal hier den Win holen. Sonst bringt der Hasen überhaupt nichts. Kann man das wieder nur als Standard-Video zusammenschneiden? Das soll ja auch was... ...was Spezielles sein, ne? Ja, keine Waffe. Entschuldigung. Ja, ist okay. Zwillinge. Oh, da ist ne Kiste. Nice. Moin, Bruder. Soll ich mal abzischen? Ich weiß nicht. Kann ich gerne abhauen, wenn du willst. Zu Beginn? Like das Video, damit wir die 2.345.454 Likes knacken. Ehre. Loll, meine Sprünge. Alter. Guckt euch meine Sprünge an, die sind voll verbuggt. Guck mal. Ich kann nicht springen. Moin, Bruder. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Digga, ich bin total verbuggt. Ich kann nichts machen. Ich bin total verbuggt, Mann. Was ist das für eine Scheiße, ey? Really, nigga? Ich häng da rum und der kann mich einfach snipen, Alter. Die kommen rüber. Können wir die da rum machen. So, jetzt. Verpackt. Oh, jetzt ist der Hit. Oh, der eine ist down. Ich bin total verbuggt. Was ist das, Mann? Ich kann nichts machen. Ich... Was hängt das so? Oh, mein Dualshock-Controller ist was leer. Digga, ist okay. Ich hab verstanden. Ich darf nicht gewinnen. Guck mal hier. Epic Games schreibt mir meine Spielweise vor. Sicher aus meiner Lobby. Da war der, der mich auch gesnapt hat. Ich häng. Ich... Boah, ich bin todesverpackt. Ich komm sofort, Bruder. Lass mich kurz hier mein... mein Loot aufsammeln. Boah, Digga. Guckt euch an, wie das hängt hier. Oh, mein Gott. Ist er noch am Leben? Oder hat er... Ja. Ich bin total verbuggt. Oh, Bruder. So, ich hab schöne Waffen. Guckt ihr das an. Ich bin total verbuggt. Oh, Ehre, Digga. Oh, hot, 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 hot. Hot, 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 hot. Ich liebe es. Ich schließe mir gleich... ...den Live-Chat durch, Freunde. Also, seid am Start. Ne, ich... Wer geht da? Ah, er will hier rüber. Digga, es ist... ...am Hängen des Todes. Ich werde gleich sterben, ...wenn ich hier irgendwo hochspringen will. Wenn ich jetzt sterbe, war... ...weil es buggt oder so. Ne, dann rass ich echt aus. Guckt euch das an. Es buggt. Na ey, wenn ich jetzt runterfalle, ...wann verkaufe ich meine Playstation. ...er mach keinen Scheiß hier. Tanzen verboten. So, ich habe eine Sniper. Ich schaue mal im Kuss rum, ...wo hier Gegner sind. Zehn Leute sind wir nur noch, sich gerade in so einer großen Lobby. Moin. Da hinten sind keine. Ich guck mal eben alle Berge ab, da hinten ist auch niemand. Das könnte jetzt was werden, Freunde. Da unten sind zwei. Mit dem Schneider von Red Sammer zocke ich, ja, ist richtig. No Skin Nummer 1. Ehre, Mann, dieser Jan, war ja auf jeden Fall am Start. Schauen wir mal rum hier. Nirgendwo Leute. Ey, noch zwei Gegner, ne? No Skin. Noch zwei Gegner. Seh ich gerade. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht tot. Guckt euch das an, ich bin sowas von verbuggt. Was ist das für ein Duck hier? Mein Gott. Gut, dann lass uns mal weiterfahren. Oh, da oben haben sie gebaut. Da, da oben sind sie. Fahren wir schnell weg hier, fahren wir ganz schnell weg. Lass uns schnell zubauen. Wir sind da vorne, rechts, rechts, rechts bei O.S.O. Fahr mal hoch. Oh Digga, sehr schön. Ich zieh ihn nicht. Ich bin verbuggt. Ich kann nicht hütteln. Oh, einen hat er, einen hat er dann gemacht. Dann holen wir uns den letzten jetzt, komm. Ich hab ihn. Jawoll. Geil. Ich hab genau auf seine Fresse gezogen. Geil. GG Bruder. Auch wenn wir voll gekämpft haben. Oder nicht sogar. Ja. Wow. Wow.